Wir sitzen in der Falle. Und dieser Suchtrupp kennt sich mit einer Sonnenfinsternis aus. Wie denn? So etwas gibt es doch nur alle paar hundert Jahre. Ich bin immer vorbereitet. Diese drei Suchbienen haben mein Trainingsprogramm mit Auszeichnung absolviert. Oh, na ja dann. Im Namen des gesamten Bienenstocks bringt Maya, Willi und die Summchen wieder zurück. Zu Befehl, Eure Majestät. Na los, suchen wir zuerst in dieser Richtung. Passt auf, wo ihr hinfliegt, Jungs. Ich habe eine der drei vermissten Bienen gefunden. Oh, was ist das? Eine hage Butte, wie mir scheint. Nun, dann hoffe ich, Maya kümmert sich um die Kleinen. Tralli, trallala, ich jage am Tage. Vorne kommen wir nicht raus, versuchen wir es hinten. Kommt, fass alle mit an. Wir müssen versuchen, die Steine wegzuräumen. Los, helft mit. Wir müssen alle zusammenarbeiten. Ich soll schuften? Ha, dazu bin ich zu schlau. Wir warten einfach, bis die Fledermaus weggeflogen ist. Ich glaube, die Luft ist rein, Jungs. Wollt ihr uns doch helfen? Nein. Na schön. Wir machen mit. Ja. Das wird ja immer dunkler, Maya. Ist das wirklich der richtige Weg? Halten wir uns an den Händen. Ich will auch an die Hand. Hier, Bursch. Oh, an die Hand, nicht an die Nase. Maya. Oh nein, der Weg ist schon wieder versperrt. Dahinter ist frische Luft. Aber das ist zu schwer für uns. Da kommen wir niemals durch. Dumme Wand. Aber ich bin auch dümmer. bei der Hand. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 im Rahmen. Das ist ein Rubber, die Farbe inside. Das ist ein Rubber. Da ist ein Rubber, die Farbe aus. Da ist ein Rubber.